Samstag, 17. Oktober, 14 Uhr, Britta Arena, SV Wiesbaden gegen Waldorf Mannheim, 0 zu 1. Tim Boss, Sascha Morgenhaupt, Florian Karines, Moritz Kühn, Denise Rappé, Jakob Madik, Arteson, Chateau, Marc Leis, Gialuka Karte, Johannes Wurz, Philipp Titz, jetzt kommt an Waldhof Mannheim, Jan-Christoph Arles, Herr Jesper Filat, Jan-Henrik Max, Markel Hofner, Max Schrestinsen, Raphael, Schika, Markel Kosi, Hartzah, Sari, Joseha, Bamba, Dominic, Marvin Dijk, Anton Dukhoch, 22 Uhr, alle 40.